Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 14177 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Verantwortung für die Integration neuer Mitarbeiter liegt bei den Unternehmen. Die Verantwortung für die Integration neuer Mitarbeiter liegt bei den Unternehmen. Die drei bestellten Pizzen wurden wie immer pünktlich geliefert. Die drei bestellten Pizzen wurden wie immer pünktlich geliefert. Die drei bestellten Pizzen wurden wie immer pünktlich geliefert. Fotomodelle tragen dazu bei, dass Modefotografie zum Ausdruck von Kunst und Persönlichkeit wird. Das Wort magisch wird verwendet, um Momente, Orte, Erlebnisse oder Eigenschaften zu beschreiben, die eine besondere, faszinierende und oft übernatürlich wirkende Wirkung haben. Das Wort magisch wird verwendet, um Momente, Orte, Erlebnisse oder Eigenschaften zu beschreiben, die eine besondere, faszinierende und oft übernatürlich wirkende Wirkung haben. Das Wort magisch wird verwendet, um Momente, Orte, Erlebnisse oder Eigenschaften zu beschreiben, die eine besondere, faszinierende und oft übernatürlich wirkende Wirkung haben. Wir arbeiten in einem Großraumbüro zusammen und verstehen uns gut. Jeden Sommer treffen wir uns mit der ganzen Familie. Jeden Sommer treffen wir uns mit der ganzen Familie. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.